Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier auf dem On the Roof des Hospitals, nein auf dem Dach des Hospitals, des Krankenhauses, das ist englisch-deutsch immer. Wir haben das letzte Mal schon was sehr seltsames und sehr verstörendes gesehen. Ich glaube wir müssen auf den Glockenturm springen. Ich rede jetzt erstmal mit Christa. Ja. Ja. Okay. So, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich da rüberspringen, hm? Wir können da nicht rüberspringen. Ach ja, die Leiter, ich Idiot. Ich habe schon wieder die Leiter voll vergessen. Würde ich mal eine Runde rennen? Dann würde das Spiel einfach ein bisschen schneller machen, aber dann würde ich wahrscheinlich nur noch rennen, so wie ich mich kenne. Wenn wir Slalom um die, um die, äh, um die Dinger hier laufen. Kap, kap. Gut, dass wir unseren Arm noch haben. Das wäre alles, glaube ich, ein bisschen problematisch, wenn wir hier nur einen hätten, oder? Ring mal Bellen. All right. Ja. Ach, Lee. Du bist schon ein Held. Ich finde, Lee ist unser Held. Eindeutig, Lee ist mein persönlicher Held. Also ich drücke W. Ich stand zwar nicht da, aber ich drücke und es funktioniert. Das war's mit der Leiter. Ähm, ja. Gucken wir mal, hier ist eine Luke. Na? Ach ja, was auch so. Gut. Dann klingeln wir mal die Glocke. Kommt, ihr Zombies. Gut, 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 gut. Und es werden jetzt gleich richtig viele. Wir müssen uns beeilen. Beeilen! So, und wir kommen jetzt da rüber. Spiel mir Häschen Hüpf oder was? Ah ja, das ist ganz schön weit. Ich denke, wir müssen gehen. Es ist kein Weg zurück. Du kannst es machen. Es ist nicht so weit. Ähm. Du hast das. Du hast das, Motherfucker. Motherfucker? Wir haben ein bisschen Anlauf, nämlich. Ähm. Ja, gut, danke. Ich dachte schon, er springt da einfach so aus dem Stand raus. So, flup. Ähm. Ich habe dich. Boah. Ich dachte, wir mussten auf irgendwas drücken. Gott sei Dank hat die Hüpf aufgefangen. Oh, lieb. Hat Kenny uns an. Gott sei Dank hat Kenny uns aufgefangen. Wow. Das war jetzt schwer. Na? Ups. Haben wir den Kopf geschossen? Direkt so? Na, los. So, was ist jetzt im Haus? Unser Boot ist weg. Unser Boot ist weg? Oh nein, das war... Warum? Ja, das glaube ich aber auch. Ich habe selber Gruppe. Die Invalids? Seine Aktionen, äh, kontradikt ihre Charakterisation, aber, ja, die Invalids. Er ist richtig. Sie sind nicht Invalids. Sie sind nur Leute. Leute, die mit schützlichen Situationen sogar länger, als wir haben. Kein Wunder, sie haben den Jump auf uns. Ich gebe keine Scheiße, wenn sie ein Wunsch machen, es war ein fucking Boot. Aber ich weiß auch nicht, was so gut daran ist. Wir sollten halt einfach keinen Fremden von dem Boot erzählen. Das ist doch auch... Das macht man doch auch nicht. Man hält es doch geheim, oder nicht? Oh, Mead, kannst du über die Frenze und lassen uns in das Backyard? Wir sollten nicht in der Öffnung sein. Ja. Wir sind doch schon... Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then more. We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean, immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Right. We can do this in the yard. Ach so, die standen auf der anderen Seite. Ah, jetzt verstehe ich, dass ich was verwirrt war. Ich dachte, ja, die stehen doch schon im Innenhof. What do we do now, without a boat? Well, I know you two are just going to look out for number one. And number two, you know, It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. There's other shit that play on. What? You got the boat hidden somewhere? Shit, dude. Get to the countryside. We dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Yeah. We gotta get out into some open spaces. You know that's what I'm for. This is bullshit. You might not even be around. So with all due respect, Lee. His opinion doesn't carry a lot of way. Super. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Oh, da kommen alle Zombies. Oh shit, and they come. Und dann sind wir da drin verschachtelt, verriegelt, verrammelt. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa. Do you want to go on the fence? Do you want to go on the windows in the front room? Check the boards? Got it. Kimmy. Huh? Buffen. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Omid. What is it? Front doors. Oh no. Nochmal. Kick it. Kick it. Uh. Da ist das Patscherhändchen. Ähm. Nee, jetzt muss ich echt da... Da. Oh, wie zufällig. Haha. Und? Hackerballchen. Hackerballchen. Hm. Patscherhändchen. Wo? Uh. Patscherfinger. Hihi. Bereiten wir uns auf den Kampf, weil das wird hart. Wir verstecken uns. Wir verstecken uns. Kampf. Ja, und jetzt... Puh. Ähm. Ih, da ist Ding da. Get upstairs. Wie heißt sie denn? Ich hab ihren Namen vergessen. Hihi. Ein wenig solide. Ja. Ja, 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 ja. Hopp, hopp, hopp. Schieb. Oh, Q drücken. Dacht er weh. Q, 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 Q. Eh. Nochmal. Wir machen das schnell. Hopp, 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 hopp. Ja, nochmal. Oh, wow. Ähm. Gegen so viele. Oh, wow. 8, 12. Okay. Hopp, hopp. Und hopp. Hopp. Ich kann gar nicht mehr. Achso. Ich hab auch keine mehr. Oh. Hopp. Hoch. Hallo. Ups. Hoffentlich wurde jemand erschlagen. Oh. Man lässt doch nicht seine Waffe fallen. Twice shy. Hm. Let's get out of here and keep moving. Kids right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Oh, man. Maybe. But we're not going out through this window. No latches, no roof access and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial. Mead. Krista. Huh. Just trying to lighten the fucking tone. Ja, wenigstens einer. Ach, komm schon. Sei doch mal ein bisschen locker hier. Ein bisschen locker. Nicht die Hose atmen. Komm, so. Es muss uns einen anderen Weg geben. There's gotta be another way. Check the floor for any other access. A way. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Whoa, Lee. You okay? Yeah, yeah. I'm gonna... have to... just... Oh, yeah. Oh, yeah. Das war wohl zu viel aufregend von so'n kleinen Lee. Clementine! Hm? Dann ist sie in dem Hotel, oder was? He hasn't moved her yet. Yeah. Yet. Also, du bist nicht Clementine. Clementine, hm. Hmm. Urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay. Now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Stop it. We can't panic. Panicking. We can't panic. What? I don't know. Aber bis jetzt sehen wir ja noch nicht grün oder blau, oder? Krass. Well, you didn't. And it's too late now. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. I think it'd be best if we just worried about getting to Clementine. We're not gonna do her any good if you've attacked us. That isn't gonna happen. How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up. But we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here. But how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Oh, I'm really glad I got you looking out for me. For Cleo. This is just fucking great. Relax, Lee. This is getting out of hand. Yeah, jetzt such doch einfach mal einen Aufweg, man. We will get Clementine back. With or without you. Because I haven't given up everything to die, because we were stupid. Oh, jetzt habe ich lacht. Do you understand that? Oh, macht das doch nicht. Do you know exactly what to do if I turn and that's enough? Do you hear me? You might become one of them. Do you understand that? How can you be fucking calm about that? Ähm. Das ist ein Loch. Und wo geht es da hin? Ähm. 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 Warum können wir... Da? Dann kann sich Kenny mal ein bisschen abreagieren. Es tut mir leid. Bleib weg von mir. Ich wollte denen nicht wehtun. Sorry. Me too. I get her. Go sit down. Ja, das ist halt eine angespannte Situation, Mann. Ähm. Es ist halt einfach zu viel für alle. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Irgendwann verliert man den Kopf. Ich bin glücklich, dass du uns gesagt hast, wenn du gebeten wurdest. Es wäre einfach, nicht zu. Ja. Well. Du hast wahrscheinlich dich alleine verletzt, wenn du uns nicht gesagt hast. Das wäre ein Fehler. Wenn ich dich wäre, wäre ich schade. Hatte ich auch. Was? An meiner Stelle wäre es 30 Zentimeter größer? Ja. Ich bin so fast. 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 Und Gott sei Dank, egal für welchen Weg wir uns entschieden haben. Mhm. Mhm. Wir finden heraus, wer es ist, warum er ist tot. Wir werden dafür sagen, dass es nie wieder tot. Ich bin so sicher, dass er niemanden von niemandem wieder zieht. Rose hat genug Evel in mir. Und, du weißt, was, was dir passiert, ähm... will, dass ihr sie aufnehmt. Ich will, dass Kenny sich um sie kümmert. Findet ihr eine Familie für sie? Kommt in eine Familie, okay? Somewhere, sie wird sicher sein. Nicht tun das. Ich will, dass ihr mich hören könnt. Ich höre dich, aber ich habe keine Gespräche. Krista. Wir können nach ihr nachsehen. Als lange, dass sie eine Familie hat. Hörst du mich? Ja. Natürlich. Es ist egal, ob Kenny oder die zwei. Kannst nach mir reinhüpfen. Oh je. Ja, das war ja nicht absichtlich. Ich glaube nicht, dass ich es hätte. Oh. Wie geht es dir? Ich bin... Ich weiß nicht, wie ich das antworten kann. Ich bin sorry. Alles wird gut. Kein Grund, gefühls zu sein. Es geht ihm gut, okay? Tut mir alle mal ein bisschen gefühlsdosellig. Anyway, ich empfehle es von beiden von euch. Viele von uns haben Familie verloren. Heiko. Er hat Eiko auf dem Nachboden. Bits in pieces. Leid weiß ich, was ich leid verursacht habe. Ja. Cheers, Kenny. Ein bisschen Alkohol. Ja, komm. Sicher. Ab. Vielleicht tötet es die Bakterien ab. Nein, damit... Ja, ja, komm. Ach so, die ist ja schwanger. Oder? Habe ich da jetzt was verwechselt? Jetzt bin ich verworrt. Hast du gut gemacht, Omid. Wirklich? Haben wir mal Glück, oder was? Hallo, Will. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie tragisch. Der erinnert mich ein bisschen an Titanic. Warum auch immer. Die Gewalt geben wir weiter. Ah, ja, Titanic. Wirklich. Du hast erst getan, was du konntest. Hat er auch. Was hätte er da machen sollen? Oh, Mann. Du warst doch. Du hast doch einen guten Vater. Hast du was? Wir müssen gehen. Ja. Wir haben nur noch einen Schuss. Hm. Okay. So, ähm... Bevor wir jetzt den Raum hier nochmal weiter untersuchen, was hier noch so alles rumliegt und uns überlegen, wie wir Klammertal finden, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Bye-bye. 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 Vielen Dank.